hallo und herzlich willkommen wieder zurück auf der chaos zone tv bühne jetzt gerade wieder aus potsdam live und wir freuen uns unseren ersten live vortrag auf dieser bühne präsentieren zu dürfen von franziska und janfried und die werden uns jetzt gleich erzählen was man so schönes mit dem informationsfreiheitsgesetz anstellen kann weil sie haben mir gerade schon erzählt dass sie sehr viel spaß mit dem informationsfreiheitsgesetz haben und heute werden sie uns ein bisschen was erzählen zu menschen könnten wütend werden dass bmbf die not hilfe und ifg damit ich übergebe euch das wort ja vielen dank hallo ich bin janfried ich studiere informatik an der uni bremen und ich habe vor ein paar jährchen schon angefangen ifg anfragen zu stellen da sind inzwischen über 20 schon zusammengekommen und ein paar dieser ifg anfragen sind jetzt hier auch in diesem talk mit dabei mein name ist franziska ich studiere auch informatik allerdings an der tu darmstadt stehen noch nicht ganz so lange ifg anfragen aber ich habe da sehr viel spaß dran bevor es losgeht von unserer seite ein disclaimer wir werden hier studierenden verachtende inhalte zeigen insbesondere wenn es um die finanzielle situation der studierenden geht deswegen von unserer seite bitte im zweifel schaut euch den talk on demand an dann könnt ihr auf pause klicken und ein kissen schreien so wie wir das machen werden wenn der talk vorbei ist außerdem wir werden hier nur sehr winzigen auszug aus den dokumenten überhaupt zeigen das waren mit der akte zusammen 2000 seiten das ist einfach zu viel für 40 minuten deswegen ist das hier nur ein ganz kleiner auszug die präsentation als markdown für eingeschränkte personen die anfrage und alle mails dazu könnt ihr aber hier finden unter nord minus hilfe minus für minus studierende punkt de und ja da ist ein in diesem namen drin ok damit geht es los once upon a time in deutschland worüber reden wir eigentlich wir reden über genau das da wenn wir die not hilfe meinen die bundesregierung hat für studierende in not 100 millionen euro zur verfügung gestellt aber nicht für alle studierende sondern nur für die in pandemie bedingter notlage und die haben auch nicht nur fünf und auch nur die haben 500 euro im monat bekommen warum sagen wir not hilfe naja am ende war es nicht wirklich eine hilfe für die meisten studierenden um euch ein bisschen zeitgefühl zu geben seht ihr hier jetzt eine zeitleiste mit verschiedenen zeitpunkten wir haben einmal den ersten kontakt des deutschen studentenbergs dsw mit der leitung des bmbf wir haben die ankündigung der not hilfe durch die leitung des bmbf und wir haben am 16.6 den start des online tools und anfang juli startet dann die auszahlung ihr fragt euch jetzt warum steht da ende der pandemie naja weil dann keine not hilfe mehr gezahlt wurde denn die pandemie war ja vorbei ja am 16.6 um 12 uhr startete dann das tool und war um 12 uhr 8 direkt mal down das hat uns bei uns dann diese reaktion ausgelöst wir waren so ein bisschen verwirrt vor allem weil wir später dann irgendwie solche zeitungsberichte gesehen haben von studis die irgendwie negativ geld auf dem konto hatten aber trotzdem keine not hilfe bekommen haben wir haben auch auf twitter berichte von studis gesehen die dann insbesondere über technische probleme geklagt haben und wir sehen hier auch ein sehr schönes beispiel von den ganzen selfies die man hochladen musste und an der stelle haben wir uns gedacht we need to go deeper das ganze fing an mit einem tweet von mir wo ich gesagt habe hey lass mal total super viel sensible daten von studierenden abfragen klingt doch nach einer total super idee ich meine was soll schon schief gehen ja was tut man wenn man nicht versteht was der staat so macht man fragt den staat also haben wir das gemacht wir haben ein paar sachen gefragt wir hatten aber nicht so richtig das gefühl dass wir tatsächlich also dahinter kommen was wirklich passiert deswegen haben wir uns gedacht ja we need to go deeper dann haben wir mehr erfg anfragen gestellt und wir werden uns jetzt im folgenden besonders mit einer erfg anfrage beschäftigen nämlich mit dieser hier zum schriftverkehr die läuft tatsächlich auch noch das klageverfahren ist anhängig was ist bei dieser erfg anfrage passiert na ja wir haben sie am 22 7 gestellt dann haben wir gewartet dann haben wir noch mehr gewartet und dann an tag 289 haben wir tatsächlich das erste dokument bekommen ihr seht da ist so ein bisschen zeit vergangen und dann haben wir noch mehr gewartet und dann haben wir gesagt an tag 324 liebe leute jetzt mal genug gebt uns innerhalb dieser frist alle dokumente sonst untätigkeitsklage na ja zack hatten wir nach 340 tagen gut die frist ein bisschen überschritten alle dokumente also für gewisse werte von alle denn wir hatten dann auch ein bescheid mit einer teilweisen ablehnung dieser anfrage unter anderem auch wegen möglicher reaktion der presse dann hatten wir auch ganz viele schwärzungen da haben den widerspruch geschrieben schönen widerspruch nicht nachvollziehbare schwärzungen schwärzungen öffentlich öffentlich zugänglicher informationen und mangelnde qualität der dokumente ja das war sehr viel spaß und dann haben wir von mai bis oktober 21 diese dokumente analysiert und ihr werdet euch jetzt fragen aber janfried und franzi warum hat das denn so lange gedauert naja diese dokumente sahen halt so aus und nein die qualität der streams ist nicht gerade plötzlich schlechter geworden die sehen wirklich so bescheuert aus oder sie sahen so aus oder so oder nicht zu vergessen so barrierefreiheit bei diesen dokumenten ist irgendwie auch so ein bisschen nicht vorhanden naja und es waren halt wirklich schöne kunstwerke dabei und es einiges war halt auch schlicht und ergreifend nicht lesbar und jetzt ist die frage naja was haben wir denn so rausgefunden aus den sachen die mal nicht geschwärzt waren ja wir schauen uns jetzt mal die förderrichtlinien und die förderkriterien an dazu gab es hier diese e mail vom dsw an den anbieter der das online tool gebaut hat wir haben ja eine kurzfristige überbrückungshilfe für wirklich nur die allerbedürftigsten studierende bis zu 500 euro da waren wir ein bisschen irritiert denn wir haben uns auch so gefragt ja was heißt denn die allerbedürftigsten studierenden was heißt denn pandemie bedingte notlage das müssen wir irgendwie nachweisen der nachweis erfolgt dann über eine kündigung durch arbeitgeber in über eine selbsterklärung zum wegfall der bisherigen tätigkeit oder die selbsterklärung zum wegfall von unterhaltszahlungen wir erinnern uns es wird auf bis zu 500 euro aufgestockt und wir sehen hier einen tweet der dann auch sagt ja voll cool 543 euro 26 davon kann ich ja in großstädten in saus und braus leben ist klar das ist durchaus einfach mal nur die miete oder auch hier eine reaktion anscheinend sind wir als studierende schlicht und ergreifend zu reich ich weiß es nicht 500 euro voll viel geld klar reicht vom bmbf sehen wir aus der anfrage hier einen hinweis dass die notlage wirklich nur durch die pandemie entstanden sein darf wenn aus den dokumenten die von den studierenden zur verfügung gestellt werden das nicht ersichtlich ist dass die notlage wirklich und ausschließlich nur durch die pandemie entstanden ist dann muss das ganze abgelehnt werden heißt vorher schon arm gewesen pech gehabt das ist keine pandemie bedingte notlage nicht nur dass wer vorher schon arm war einfach pech hatte wir sehen auch das ganze gruppen oder probleme überhaupt nicht bedacht wurden wir sehen jetzt immer ein paar beispiele dafür die teilzeit studierenden wurden vergessen vollkommen wir sehen auch die frage wie ist das mit der anrechnung von juni auf juli oder auch andere monate mit den anträgen wird es angerechnet ja kommt darauf an wo man studiert je nach studiwerk ist das anders wie ist das mit coronabedingten mehr ausgaben ist das eine pandemie bedingte notlage das bmbf sagt nein finde ich spannend oder auch hier studierende die im ausland die im ausland wohnen aber in deutschland studieren was ist mit denen duale studierende kunsthochschulen kunstakademien musikhochschulen das wurde alles vergessen ja und es wurden nicht nur gruppen vergessen wir sehen auch hier eine infantilisierung erwachsener menschen das ist jetzt hier ein zitat aus einem beitrag zu 50 jahre bafög und das bmbf wäre ja keine gute behörde wenn sich nicht denken würde hey wir haben hier diesen bullshit lasst ihn doch mal direkt auf die nordhilfe mit übertragen naja heißt wir sehen hier wieder dass die familiäre unterstützung eine wichtige rolle bei der gewährung dieser nordhilfe spielt das jetzt hier wieder auch ein auszug aus den dokumenten wir sehen hier verschiedenste kommentare ich möchte da ganz besonders auf diesen kommentar svb 25 hinweisen da geht es um die unterhaltszahlung durch ehegatten oder lebenspartner in und naja das wurde bisher nicht thematisiert also brauchen wir das auch nicht auch wenn im kommentar direkt darunter steht ja das wurde bei uns aber schon angefragt wie das eigentlich ist es gibt hier also wieder eine abhängigkeit von den eltern ähnlich wie es beim bafög der fall ist und andere unterhaltsmodelle werden überhaupt nicht bedacht zum beispiel studierende von partner ihnen unterstützt werden dass die regeln sind also einfach an der lebensrealität der studierenden vorbei entworfen worden ja und wenn das nicht schon genug ist sehen wir gleich noch mal was in derselben kategorie die studentische selbsterklärung das mit einem erfolgreichen abschluss des studiums zu rechnen ist und dieser hinweis zeigt dass es hier wirklich nur darum geht missbrauch zu verhindern denn es sollen lediglich echte studierende unterstützt werden was auch immer echte studierende heißt naja das zieht sich übrigens durch die gesamten dokumente durch ganz egal was das bmbf in der vorbereitung gesagt hat oder auch nach diesem talk sagen wird die verhinderung von missbrauch war und ist das kernthema und war im vordergrund weniger die hilfe für die studierenden ja jetzt aber die frage warum bekommen denn die studierenden 500 euro wir sehen hier die linken fordert 632 euro plus war miete das wäre halt tatsächlich eine echte hilfe für die studierenden gewesen jetzt stellt sich das bmbf hin und sagt dazu ja da wir können den ja auch 500 euro geben reicht mehr brauchen die nicht da kommen wir dazu aus der 21 sozialerhebung vom dsw deswegen wurde dann eben auch das dsw gefragt was sagen die dazu niemand naja sie könnte halt schon drauf kommen irgendwie aber das ist ein durchschnittswert das heißt wir haben auch nicht wenig leute die dann nach oben ausreißen die mehr brauchen werden denn das geht ganz viel dafür drauf für die miete und wenn die miete abgegangen ist dann wollen wir studierenden auch noch mal was essen also auch nudeln und ketchup kosten tatsächlich geld passend dazu sehen wir hier eine diskussion in einem mail verlauf wo hier das dsw schreibt naja also ein großteil der abgelehnten antragstellenden ist in einer notlage war das ganze aber eben schon vorher und die sind augenscheinlich also die die wären auch bafög berechtigt die stellen aber überhaupt gar keine frage die stellen gar keinen antrag dazu darauf antwortet das bmbf das hier ja welche fälle sind das denn die in einer dauerhaften notlage sind und keinen anspruch auf bafög haben ist es richtig diesen menschen diese menschen dabei zu unterstützen das studium zu beenden und um das jetzt einmal ganz kurz deutlich zu machen wir gehen mal ganz kurz einen schritt zurück wir haben in deutschland nicht viele natürliche ressourcen menschen sind unsere natürliche ressource köpfe sind unsere natürliche ressource und hier sehen jetzt das bundesministerium für bildung und forschung das sich hinstellt und sagt naja also müssen wir denn diesen leuten gerade armen studierenden wirklich dabei helfen ihr studium zu beenden und das obwohl wir das versprechen haben aufstieg durch bildung wie sollen wir dieses versprechen umsetzen wenn wir diese einstellung haben für uns zeigt das eben auch eine verachtung gegenüber den studierenden und ihrer situation tja und die nächste frage die sich stellt gab es denn wirklich 500 euro naja tatsächlich naja wie vorhin am anfang schon gesagt nein es gab bis zu 500 euro es gab zwischen 100 und 500 euro im monat erst mal für drei monate glücklicherweise ist das bmbf danach diesen drei monaten drauf gekommen dass die pandemie noch nicht so ganz vorbei ist immerhin etwas wir sind jetzt gerade das thema förderkriterien und förderrichtieren anhand eines dokuments aus der anfrage durchgegangen wir haben da so ein nettes flowchart bekommen in diesen dokumenten und dieses flowchart sah so aus wir hören gerade alle software entwickler in weinen also wir haben dieses dokument gesehen und dachten uns naja lassen wir das einmal kurz auf uns wirken und jetzt gucken wir uns noch mal einmal unten diesen teil an wo es dann um die tatsächliche förderhöhe geht und da sehen wir naja es geht halt einfach bloß darum wie viel geld hast du aktuell auf dem konto und da wird nicht danach gefragt warum hast du gerade so viel geld auf dem konto musst du vielleicht irgendwie in den nächsten zwei tagen deine miete bezahlen oder sparst du gerade auf den semesterbeitrag das ist hier alles nicht bedacht genau für die studierenden sind diese förderkriterien auch total wichtig gerade bei der antragstellung und wir haben dazu was sehr interessantes gefunden hier zur erinnerung der start für die antragstellung war der 16 6 ich habe am 29 6 eine ifg-anfrage gestellt gesagt hallo gebt mir doch einmal bitte alles was ihr den lokalen studi werken gegeben habt um ja die leute zu schulen unterlagen hinweise einfach einfach alles zu diesem thema dann habe ich dieses dokument hier bekommen und war ein bisschen verwirrt denn da ist was komisch der die ausfüllhinweise also die tatsächlichen kriterien für die gewährung der nordhilfe ist erst eine woche später am 23 6 fertig geworden das heißt die studierenden haben einfach eine woche lang dieses tool ausgefüllt ohne zu wissen was sie da eigentlich tun jetzt die frage was ist da passiert es kursierte so ein ganz kleines bisschen das gerücht die studierenden könnten ja einfach geld abheben von ihrem konto um auf diese 500 euro zu kommen wird schon passen daraufhin schrieb das bmbf eine e mail mit diesem vorschlag der an die lokalen studi werke gehen sollte mit dem inhalt also inhalt dieses gerüchts ist quatsch und das ist übrigens auch strafrechtlich relevanter betrug und der muss dann auch gemeldet werden bitte kommuniziert das doch auch irgendwie wir haben darauf so reagiert denn hey super danke dass ihr einfach davon ausgeht dass studierende ihre pandemie bedingte notlage künstlich herbeiführen klar wer will das nicht das dsw hat darauf so reagiert also vielleicht wollt ihr das lieber lassen denn möglicherweise könnte skandalisiert werden dass mit einer solchen formulierung studierende seitens des bmbf unter generalverdacht gestellt würden zumal in den gremien der studie werke auch studierende vertreten sind und hier sehen wir auch wieder so ein gewisses muster und da muss ich auch echt sagen dass wir tatsächlich super froh waren als wir das gesehen haben dass das dsw hier eingeschritten ist sonst hätten wir einen harten shitstorm und das dsw hat das immer wieder gemacht einfach einzuschreiten wenn das deal wenn das bmbf wieder irgendwelchen quatsch gemacht hat ja an dieser stelle sehen wir jetzt auch noch mal einen weiteren ausschnitt wo es um sicherungsmechanismen geht also jetzt nicht die sicherungsmechanismen die ihr da drunter versteht so altsicherheit nee nee sondern darum wie kann missbrauch verhindert werden dass das dsw sagt so naja wir haben hier irgendwie so total viele mechanismen also ibanausweis kontonummer aktuelle studienbescheinigung e mailadresse telefonnummer so das bmbf antwortet darauf zu ihrem vorschlag auf das identverfahren zu verzichten könnten sie bitte heute um elf einen alternativen vorschlag vorlegen wie missbrauch sichergestellt werden soll das ist ein sehr schöner freudscher verschreiber aber bringt uns jetzt tatsächlich auch sehr gut zum nächsten punkt nämlich ja datenschützer in könnten weinen denn wir befassen uns jetzt ein bisschen mit der frage welche daten welche unterlagen müssen denn die studierenden so zur verfügung stellen da haben wir einmal eine aktuelle aktuelle immatrikulations bescheinigung wir haben ein foto von einem gültigen ausweis oder ähnlichem vorderseite und rückseite und dann haben wir selfies ein selfie von nur dir selbst dann ein selfie mit einer nummer die per sms übermittelt wurde und ein selfie mit dem perso und natürlich die kontoauszüge der letzten monate und um dem ganzen die krone aufzusetzen das alles ohne schwärzungen das ganze wäre an sich nicht das super krasse problem wenn wir ein tool hätten was mit diesem ganzen themenkomplex umgehen kann und damit kommen wir zur frage wie man ein antragstool baut nicht ja also wir haben jetzt irgendwie ganz eindrucksvoll gesehen was da so an richtlinien auf zur förderung ausgegeben wurde und jetzt gehen wir doch mal für richtige informatiker innen daran und gucken uns an wie wir so ein tool entwickeln wollen was das eigentlich so können müsste naja die anforderungen sind zunächst mal das ding muss schnell entwickelt werden die studis wurden hier schon mehrere monate allein gelassen die haben das letzte ersparte aufgebraucht wenn sie überhaupt ein erspartes hatten und den müssen wir jetzt ganz schnell die hilfe auch angedeihen lassen soll einfach zu bedienen und barrierefrei sein nicht alle studis haben ein großes technisches verständnis die website führung muss also intuitiv sein und natürlich haben wir auch eingeschränkte studierende und das soll nicht ein grund sein weswegen die studis dann diese hilfe nicht beantragen können das heißt die seite muss auch barrierefrei sein dann soll das tool auch diese förderrichtlinien durchsetzen egal wie sinnfrei die meisten oder einige dieser regelungen sind es ist weder dem studi noch dem studi werk geholfen wenn das tool es erlaubt massig anträge zu stellen die dann aber einfach aufgrund von harten fakten sowieso abgelehnt werden müssten das heißt das tool muss da einen gewissen riegel vorschieben natürlich mit der möglichkeit ein härtefallantrag auch zu stellen dann ist datenschutz und die sicherheit ein ganz wichtiges thema wir haben gesehen höchst sensible personenbezogene daten selfies und geschwärzte kontoauszüge das sind besonders schützenswerte daten nach der dsg vo zum teil auch die müssen geschützt werden und idealerweise auch nur beim lokalen studi werk gespeichert werden und dann aber zum abschluss noch die server kapazität wir haben sehr wohl definierten start und wir haben das windhund prinzip also first come first serve sehr weit im vorhinein angekündigt das heißt wir müssen damit rechnen dass um zwölf uhr beim start dieses tools da eine lastspitze kommt die ticket leute vom c3 werden davon liedchen singen können ja dann gucken wir uns doch mal an wer wurde denn so mit dem bau dieses tools beauftragt wir haben hier vier studi werksnahe anbieter innen weil wir pandemie haben wurden auch die vergabe richtlinien außer kraft gesetzt das heißt musste nicht ausgeschrieben werden studi werksnahe anbieter zu fragen ergibt natürlich auch richtig viel sinn weil die studi werke das ganze am ende benutzen müssen und wenn der auftragnehmer hat weiß wie studierenden werke arbeiten dann hat man auch eine schnelle bearbeitung zwei anbieter die werden wir jetzt hier nicht nennen die sind überhaupt nicht in betracht gekommen das eine waren mehr monatiges entwickeln waren mehr monatiger entwicklungszeitraum das geht einfach nicht und das andere waren anbieter gesagt hallo ich habe hier diese ganz wunderbare lösung das basiert auf einem e mail programm was wir aber nicht wollten wir wollten ja eine portal lösung das heißt wir haben jetzt zwei angebote einmal explikates und zum anderen net queues und wir schauen uns jetzt mal diese beiden firmen an ja als erstes explikates da geht man auf diese webseite und dann begrüßt einen so ein nettes werbevideo mit stack overflow und code und noch so ein paar anderen klischeehaften dingen und dieser wunderbare titel wir erschaffen die digitale dna unserer kunden naja denn sehr schöne begrüßung aber lassen wir uns von der begrüßung jetzt mal nicht abschrecken und gucken ein bisschen weiter in der tiefe der webseite dann findet man raus explikates ist eine full stack software schmiede und IT beratungsfirma die bieten auch an IT projekt von start bis ende zu begleiten also von der anforderung spezifikation bis hin zu betrieb und support das machen die alles erfahrung im studiwerk kontext haben sie über die darlehenskasse der studentenwerke kurz daka da haben sich so ein paar lokalen der studi werke zusammengeschlossen um über ein einheitliches system studis darlehren zu geben und diese neue lösung die soll dann auf diesem daka system aufbauen macht ja auch total viel sinn da hantiert man sowieso schon mit finanzen das klingt sinnvoll problem dabei ist daka erfordert in der aktuellen version noch eine identifikation vor ort das ist natürlich während einer pandemie so nicht nicht so geil zu den kosten sagt explikates naja die reine entwicklung gut 100 knapp 185.000 noch mal ein gut 30.000 obendrauf für hosting und für die online identifizierung kommen noch mal kosten dazu aber die wissen wir ja noch nicht wir erinnern uns am ende ist diese online identifizierung komplett rausgefallen wir haben ja genug daten die wir hochladen müssen zur entwicklungszeit sagt explikates naja wir kriegen das hin in fünf wochen dann haben wir die nächste firma netcues auch hier wir gehen auf die webseite und werden begrüßt mit diesem netten banner hochfliegende ziele willkommen an bord wir entwickeln ihre online befragung starten sie ihr nächstes projekt mit netcues und das ist auch ziemlich treffend und fast sehr gut zusammen was netcues eigentlich macht ist nämlich eine single page man findet nicht so viel über die webseite raus die machen vor die kernkompetenz besteht in den online befragungen und deren auswertungen kompetenzen im bereich ja zusammenarbeit mit studierenden werken haben sie vor allem über umfragen in bezug auf menschen und ähnliches und wir sind uns da auch super sicher dass sie das sehr sehr gut hinbekommen netcues hat jetzt vorgeschlagen jungen machen reines online antrags verfahren das heißt die studien sowohl backend als auch frontend sind online die studierenden tragen ihre sachen online ein und die bearbeiter innen in den studierenden werken bearbeiten auch dann eben die anträge online die ganze identifikation soll eben auch über ein online-verfahren laufen da haben sie sich einen schwedischen anbieter ausgesucht wenn wir uns die kosten anschauen ja 75.000 euro für die entwicklung und dann nochmal gut 250.000 für online-ident netto bei der entwicklungszeit haben sie gesagt ja wir machen das in einem monat aber die antragstellung geht schon nach 14 tagen und also das ist auch irgendwie plausibel weil du halt sagen kannst okay wir sammeln jetzt erstmal die daten und was wir dann mit den daten machen das können wir dann im laufe programmieren das ist schon irgendwie nicht ganz blöd ja gucken wir uns die beiden angebote jetzt noch mal im kurzen vergleich an also explikates erfahrung über die darlehenskasse kosten 215.000 plus unbestimmt für online ident entwicklungszeit sagen sie fünf wochen netkios hat jetzt nicht so viele erfahrungen im it tool sondern die machen halt umfragen die reinen entwicklungskosten sind bei denen etwas weniger nämlich 75.000 plus noch mal 250.000 obendrauf fürs online ident entwicklungszeit sagen sie aber naja wir kriegen das schneller hin in 14 tagen können die ersten leute ihre anträge einreichen und einen monat nach auftrags vergabe kann dann bearbeitet werden auf der basis wurde sich jetzt für netkios entschieden an der stelle aber von uns auch noch mal der hinweis wir haben über diese vergabe recht wenig unterlagen bekommen sehr viel weniger als wir eigentlich gerne hätten das genaue angebot der firma explikat ist zum beispiel ist in den dokumenten einfach nicht drin und irgendwie wirkt es auch so als wollte das dsw netkios nehmen weil schon sehr früh auch informationen über das antragsverfahren an netkios gegeben wurden das heißt da lohnt es sich eventuell noch mal so ein bisschen zu graben warum da eigentlich netkios genommen wurde ja sehr interessant ist an dieser stelle auch diese e mail hier vom dsw das war ganz am ende wo sie die anbieter vorgestellt haben und da haben sie gesagt naja also beide anbieter sehen ihr angebot auf sicherheitstechnisch und technologischen neuestem stand aber eine generelle sicherheitserklärung im hinblick auf hacker angriffe oder missbrauch kann auch angesichts der jüngsten erfahrungen bundestag uni gießen uni bochum gar nicht abgegeben werden weder von dem anbieter noch seitens des dsw das hat uns doch sehr verwundert ihr seht wir waren sehr häufig ein bisschen irritiert weil das ganze so ein bisschen danach klingt als würden sich sowohl anbieter als auch dsw da ja einfach rausziehen und sagen naja also wir bekommen das eh nicht hundertprozentig mit der it-sicherheit dann proben wir es auch gar nicht zu versuchen und für uns als it sicherheitsaffine menschen das sorgt für schmerzen wirklich große schmerzen oh ja naja dass jetzt der eine punkt all die sicherheit ja jetzt kommt der andere punkt datenschutz also wir haben hier ein tool was hochsensible daten abfragt selfies kontoauszüge alles ungeschwärts wir erinnern uns naja das klingt doch verdächtig nach so einer datenschutz folge abschätzung und wir fragen den start das war tatsächlich auch die ifg anfrage die das ganze gestartet hat diese ganze geschichte nämlich liebes bmbf gebt doch mal die datenschutz folge abschätzung für diese not hilfe raus als bmbf antwortet uns und sagt eine datenschutz folge abschätzung führt nach artikel bla der dsgv der für die verarbeitung verantwortliche durch soweit so schön aber im rahmen der überbrückung hilfe ist ja gar nicht das bmbf sondern das jeweils zuständige studenten oder studierendenwerk datenschutz rechtlich verantwortlich bitte was naja hier zieht sich das bmbf also mal wieder sehr effektiv aus der verantwortung und sagt wir verarbeiten ja gar keine daten deswegen brauchen wir das ja alles gar nicht an der stelle haben wir uns sehr bewusst dagegen entschieden auf die lokalen studie werke zu gehen die sind ja eigentlich auch ifg auskunftspflichtig die meisten aber die hatten mit der ganzen antragsbearbeitung ja sowieso schon genug zu tun und am ende konnten die auch dafür gar nichts die haben das tool im endeffekt vom dsw ja auch aufgezwungen bekommen falls irgendwelche datenschutz anwält in lust haben sich da mal mit geteilter verantwortung der datenverarbeitung zu beschäftigen please schreibt uns gerne an wir geben da gerne infos raus ja sehr interessant ist an dieser stelle auch der auszug aus dem faq für die antragsstellenden ja was passiert denn eigentlich mit meinen daten also der datenschutz wird gewährleistet nach den standards der dsg vo ja super da fühle ich mich direkt besser und will den unbedingt meine daten geben und hebe mal beide zeigefinger denn wir schauen uns jetzt auch mal die realität an was wie ist denn das tatsächlich umgesetzt worden in der datenschutzerklärung auf der webseite steht ja freiwillige bereitstellung so die ausweisung passdaten das ist freiwillig auch die zustimmung zum unverschlüsselten e mail versand ist freiwillig ja jetzt schauen wir doch mal wir schlagen die dsg vo auf sehen freiwilligkeit da darf uns dann kein nachteil entstehen wenn wir nicht einwilligen ja was sagt denn die realität wir haben hier im antragsformular dieses feld wir stimmen dem zu dass ja unsere also dass unsere angaben alle richtig sind und dass uns unsere die entscheidung auch formlos per e mail unverschlüsselt zugesendet werden kann jetzt haben wir den haken nicht gesetzt und dann sagt uns das tool ja aber jetzt können wir den antrag gar nicht weiter bearbeiten das löst dann bei datenschützer innen diese reaktion aus also dieses stützen auf eine freiwillige einwilligung ist hier dann schutzrechtlichen bisschen fragwürdig mal höflich auszudrücken ihr seht tische fliegen bei uns sehr viele gucken wir uns doch mal an was net ist denn so für dienste benutzt naja also wir haben hier tatsächlich mal zwei dienste aus dem europäischen raum und dann haben wir hier noch drei dienste aus den usa da verweist net cues in der datenschutzerklärung dann einfach auf eu privacy shield gucken wir mal kurz auf schrems 2 ist irgendwie auch alles nicht so geil so und als ob das noch nicht genug ist kommt jetzt noch mal was oben drauf an der stelle noch mal ein disclaimer wenn euch das datenschutz mäßig jetzt schon zu viel war dann bitte schaut und guckt die nächsten zwei minuten weg denn jetzt wird datenschutz richtig mit füßen getreten wir haben eine checkliste bekommen die das dsw an die ganzen lokalen studiewerke verschickt hat wo sie ein bisschen helfen diese anfragen zu bearbeiten und auch fragen zu beantworten und da ist die frage enthalten was ist wenn studierende den datenschutz bemängeln das zeigt dass dsw war hier sich also durchaus bewusst dass da solche fragen kommen könnten und die antwort ist einfach kurz ja studierende können sich an die datenschützer wenden die verfahren dauern in der regel länger als drei monate und das ist länger als die überbrückungshilfe vorgesehen ist das heißt das dsw geht hier einfach davon aus dass sämtliche datenschutz beschwerden nichts bringen werden weil die datenschutzbehörden bis sie dann endlich mal aktiv würden gar nicht mehr effektiv werden weil die überbrückungshilfe dann schon gelaufen ist wir haben diese passage inzwischen oft genug gelesen dass wir an der stelle nicht mehr schreiend raus rennen sondern einfach bloß noch verzweifelt sind das dsw hat im gesamten verlauf dieser anfrage und dieser ganzen not hilfe sehr viel für die studis getan das haben wir rausbekommen die haben sehr viel mist von seiten des bmbf verhindert aber an der stelle müssen wir einfach sagen hier hat das dsw einmal sehr beherzt ins klo gegriffen aber auch das bmbf ist da nicht unschuldig dran denn die haben ja diese ganzen förderrichtlinien entworfen und es ist traurig dass eine bundesbehörde den datenschutz so komplett ignorieren kann und dafür keine konsequenzen zu befürchten hat ja wir schauen uns jetzt mal den zwischenstand an hier bei unserer schönen checkliste wir fangen einmal an dieses ein bisschen umsortiert mit dem datenschutz und der it sicherheit die ist ja nicht richtig geplant worden und umgesetzt war dann auch eher so lol nein förderrichtlinien durchsetzen das war das ding was dieses tool wirklich können sollte und auch wirklich getan hat an einigen stellen vielleicht ein bisschen zu gut wir erinnern uns 543 euro auf dem konto was ist wenn da jetzt das kindergeld dabei ist das ist ja nicht mein geld sondern das von meinem kind das darf ich gar nicht benutzen ja einfach bedienen barrierefreiheit das war überhaupt nicht in der spezifikation oder leistungsbeschreibung enthalten in der realität wenn wir uns das anschauen die fünf selfies und ungeschwätzte kontoauszüge aber auch maximal nur zehn dateien und dann musst du halt die pdf zusammen und das das ist weder barrierefrei noch einfach zu bedienen schnelle entwicklung naja also das haben sie schon geplant dass das schnell entwickelt wird innerhalb von 14 tagen die antragsmaß gefertigt zu haben ist schon nicht schlecht in der realität sah das halt leider nicht ganz so aus eben weil sich die förderrichtlinien auch immer wieder geändert haben und wenn sich dann noch was geändert hat dann kann der anbieter auch nicht sinnvoll weitermachen tja bleibt noch der letzte punkt server kapazität ausreichend dimensioniert wir erinnern uns noch mal an beginn des talks da hatten wir diesen netten tweet vom fzs dass so ein paar minuten nach start dieses tool schon down war das dsw hat daraufhin um halb zwei also anderthalb stunden nach start des tools getweetet es tut uns leid die seite ist down wir wissen wir arbeiten dran das bmbf ist dann ein bisschen hektisch geworden und hat diese mail ans dsw geschickt und sagt naja angesichts des gerade vom dsw verschickten tweets wir brauchen dringend eine mitteilung wann das ganze wieder funktioniert und übrigens wir brauchen auch eine sprachregelung die wir so leuten der leitung der presse mitteilen können das dsw hat daraufhin diese sprachregelung vorgeschlagen es war zu erwarten dass eine zeitliche ankündigung dass die überlastung hervorruft das wird sich schon wieder entspannen und lasst euch einfach zeit mit der antragstellung das dsw weist hier im weiteren verlauf der mail auch noch daraufhin na hey bmbf war nicht so cool dass ihr dieses winter und prinzip direkt mit angekündigt habt das könnte mit dem auslöser dafür gewesen sein das bmbf war wendet dann sehr sinnvollerweise muss man sagen darauf ein naja danke für die sprachregelung aber die formulierung es war zu erwarten die würden wir lieber nicht benutzen wir machen uns damit so ein bisschen angreifbar wir hätten ja entsprechend der erwartung vorsorge treffen können ja ja das wäre sinnvoll gewesen naja und das mit dem ach lassen sie sich doch einfach zeit würden sie auch ungern verwenden weil dann müssten sie ja zugeben dass man da irgendwie so nur beschränkt geld hat und das würden sie lieber einfach weglassen und an der stelle ist das bmbf tatsächlich so ein bisschen schlau weil das hätte glaube ich noch mal einen ordentlichen shitstorm gegeben und das zeigt auch mal wieder wie egal dem bmbf diese studie hilfe eigentlich war naja und dann kommt eine mail zurück vom dsw mit einer besseren formulierung ja die seite ist einfach im moment nicht erreichbar oder nur teilweise der provider arbeitet mit hochdruck daran die technischen probleme zu beheben und dann ganz wichtig der nächste absatz das dsw ist nicht für das funktionieren der technik verantwortlich ebenso wenig wie das bmbf andernfalls müsste auch das bmbf als mit beteiligtes genannt werden denn es sitzt genauso mit im boot liebe leute ihr seid beide für das funktionieren verantwortlich wenn ihr das nicht einseht dann macht ihr genau das hier so damit kommen wir jetzt noch mal zur finalen anforderung wir haben zur server kapazität wirklich null informationen darüber wie die ursprünglich eigentlich dimensioniert werden sollte das finden wir einfach gar nichts in den dokumenten was auch schon mal eine aussage in sich ist und in der realität wissen wir nein das war definitiv nicht gewährleistet ja damit sind wir jetzt tatsächlich schon fast am ende unseres talks jetzt wollen wir noch ein bisschen mal ein wrap up machen was haben wir nur gelernt und wir fangen einmal an die wir mit den sachen die mir durch unsere infrage über infrage anfragen gelernt haben und euch das ein bisschen mit geben leute lasst euch nicht verarschen fangen also wenn die behörde euch antwortet lest das ganz genau das bmbf hat mir zum beispiel geschrieben ja also wir interpretieren deine anfrage mal so dass du die kommunikation haben willst ab ankündigung der nordhilfe aber das war ja nicht das was ich wollte ich ja alles haben ich habe dem aber zugestimmt weil ich nicht genau gelesen habe das war einfach blöd von mir an der stelle lasst euch gerne auch lieber ein bisschen zeit und lest wirklich ganz exakt was die behörde da schreibt und wo ihr zustimmt dann behaltet die anfrage auch im blick wie laufen denn die fristen ihr habt gesehen unsere frist das war ewigkeiten und drei tage vorbei bis wir meine antwort hatten einfach weil wir die fristen vergessen haben also das passiert manchmal einfach an der stelle eben auch gerade bei solchen anfragen auch wenn sie ein bisschen größer werden wenn es irgendwie um kommunikation und ähnliches geht sucht euch ein team das ist etwas was wir gemacht haben was total sinnvoll und hilfreich war weil wir uns gegenseitig unterstützen konnten und das ist auch eine möglichkeit um sich gegenseitig auf diese fristen hinzuweisen und im zweifel sucht euch frühzeitig anwaltliche unterstützung wir haben das gemacht wir haben unseren widerspruch mit anwaltlicher unterstützung geschrieben und ich habe auch jetzt aktuell einen anwalt da kann ich können wir da noch hingehen sagen hallo ist das so in ordnung ist das okay wenn die das so machen ist das okay wenn wir das so machen das ist schon echt super hilfreich wir haben aber nicht nur etwas gelernt sondern wir haben einfach auch Forderungen und wir fangen einmal an mit den Forderungen zur Studienfinanzierung ja zur Studienfinanzierung haben wir gesehen die Förderrichtlinien die waren sehr darauf bedacht wirklich nur pandemie bedingte Notlagen abzufedern die Pandemie ist noch nicht vorbei die Nothilfe ist aber ausgelaufen das heißt wir brauchen für den kommenden Lockdown wieder eine Sofortunterstützung wenn hier Geschäfte wieder schließen werden wieder Studis ihren Job verlieren die vielleicht in der Zwischenzeit einen Job gefunden hatten wir brauchen also jetzt eine Unterstützung dann haben wir gesehen es gibt nicht wenige Studis die einfach schon vor der Pandemie in einer Notsituation waren die aber BAföG nicht bekommen können wir brauchen hier also auch unabhängig von der Pandemie ein System wie wir diesen Studis helfen können und dann sehen wir auch bei dieser Anfrage wieder ganz viele Probleme beim BAföG wir müssen das BAföG reformieren die Elternabhängigkeit des BAföG ist ein großes Problem es gibt diese Kampagne BAföG 50 vom FZS die reichen auch eine Petition ein dass das BAföG tatsächlich mal reformiert wird und auch die ganzen Probleme mal wirklich angegangen werden und wir haben halt ein ganz grundsätzliches Problem der Finanzierung von Studierenden ja neben der Studienfinanzierung ist auch der ganze Punkt was sich so um das Informationsfreiheitsgesetz herum bewegt relevant ja das BAföG muss reformiert werden also es kann nicht angehen dass uns eine Behörde sagt also die Informationen geben wir euch nicht weil Gefährdung von einem behördlichen Prozess und da könnte ja die Presse reagieren ja sorry Leute das sollen sie das Informationsfreiheitsgesetz ist eine Möglichkeit warum also für die Presse irgendwie zu reagieren das ist nicht in Ordnung wenn ihr uns das mit dieser Begründung vorenthaltet auch die Veraktung von E-Mails muss dringend überarbeitet werden das war ein weiterer Grund warum die Anfrage in der Analyse so lange gedauert hat weil wir einfach Zeit gebraucht haben und zu verstehen wie das BMBF E-Mails veraktet denn die Verwaltung ist noch sehr stark einfach von Papier basiert und da werden dann Sachen ausgedruckt und eingescannt und dann erst verschickt außerdem müssen der BFDI und die LFDIs deutlich besser ausgestattet werden damit die mit solchen Beschwerden auch tatsächlich umgehen können außerdem müssen wir in den Bereich IT reingehen da muss wir müssen über das Wirtschaftlichkeitsprinzip reden also nur weil ein Anbieter günstiger ist heißt es nicht dass er besser ist nichts gegen NetCues im Rahmen ihrer Möglichkeiten haben die das Tool wirklich gut gemacht aber dieses im Rahmen ihrer Möglichkeiten war eben der Punkt die hätten dafür überhaupt die waren dafür überhaupt nicht geeignet und das bringt uns auch zum nächsten Punkt denn bei diesem Tool gab es ja krasse Sicherheitsanforderungen und wir brauchen einfach Security und Privacy bei Design wir haben in dem Ganzen wir haben in den Dokumenten auch einen EVB-IT-Vertrag gefunden von 2013 wo das Wort Datenschutz sechsmal und das Wort IT-Sicherheit einmal optional vorkam Tja ja damit sind wir jetzt tatsächlich am Ende ganz zum Schluss möchten wir noch einmal ganz groß Danke sagen wir haben gesagt wir machen das nicht alleine wir haben ein großes Team hinter uns deswegen ein ganz liebes Dankeschön an die ehemaligen und auch an die aktuellen Vorstände vom FZS an unser Team an unsere ganzen FreundInnen an unsere AnwältInnen an Arne von fragt den Staat und dann an den FZS und an das gesamte Team von fragt den Staat kein Dankeschön geht an die ehemalige Leitung des BMBF danke für rein gar nichts ja und euch danken wir fürs Zuschauen und Zuhören wenn ihr Fragen habt dann gibt es ja jetzt gleich noch die Möglichkeit Fragen im Internet zu stellen ansonsten wenn ihr das asynchron machen wollt dann schreibt uns einfach auf Twitter an tweetet uns an die Präsentationen die Anfragen und auch ein nettes Online Tool wo ihr die ganzen Mails noch mal ein bisschen schöner sortiert findet das gibt es da bei äh unter dieser Webadresse ja ich also ich muss euch ganz ehrlich sagen das war ja gerade eine Achterbahn der Gefühle also ich 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 saß hier gerade die ganze Zeit und ich weiß gar nicht wo ich anfangen soll und ich glaube ich glaube den den Zuhörenden ging es ziemlich ähnlich weil wir haben tatsächlich eine ganze Reihe von Fragen bekommen ich will vielleicht mal einsteigen mit mit dem ersten Punkt was was wird da eigentlich überhaupt für ein Menschenbild deutlich sage ich mal ihr habt ja irgendwo relativ am Anfang geschrieben so im Sinne von so man sollte doch gucken dass man nur die wirklich Studierenden da 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 prüft und sicher geht weil ich meine das ist ja schon immer bei das ist ja auch immer so bei bei BAföG schon teilweise sichtbar dass es darum geht okay wir wollen keine Langzeitstudierenden haben und also das ja das ist also das war auch der Punkt der zumindest für mich auch in dieser Anfrage mit zu den erschütterndsten Dingen gehört hat einfach was sie für ein Studierendenbild auch haben im BMBF naja die die studieren ewig die machen das nur fürs Geld und so weiter und ich meine es gab während der Pandemie ganz andere Programme wo es viel einfacher war viel mehr Geld zu bekommen mit viel weniger Aufwand und einfach auch dieses Menschenbild was sich da in den ganzen E-Mails zeichnet also ich kann mich da nur von vorher noch mal selber wiederholen das zeigt für uns Verachtung gegenüber den Studierenden ja ja das und gerade auch mit den verwirrenden Infos oder nicht zur Verfügung stehenden Infos und dass man dann dann noch irgendwie Formulare abschicken soll wo man vielleicht gar nicht weiß dass man vielleicht gerade auch eine Straftat begeht weil man aus Versehen die falschen Infos angegeben also da war es auch so dass wir also das war auch so ein Punkt mit diesen Ausfüllhilfen weil eben erst durch die Ausfüllhilfe durch das Bekanntwerden dieser Ausfüllhilfe für die Studierenden klar geworden ist ich muss alle Konten angeben ja alle Konten ist halt alles 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 also Paypal Steam und da hatte dann auch jemand auf Twitter geschrieben soll ich vielleicht noch meine Strichliste aus der Fachschaft angeben Payback Punkte mein Lego Konto wie schaut es aus und das ist einfach also das war auch das weiß dann auch ein bisschen fertig mit der Welt genau dazu zu den Kontoauszügen gab es auch eine Frage und zwar ihr habt ja gesagt dass dass man das ohne Schwärzung abgeben muss habt ihr denn und das bedeutet ja letztendlich dass man sich komplett offenlegt also zum Beispiel auch sowas wie gesundheitliche politische religiöse Aspekte gibt es hier wirklich keine Möglichkeiten zur Schwärzung also wir haben in den Dokumenten eine Sache gesehen wo Dokumente geschwärzt werden durften und das war beim Perso für Sachen die nicht zur Identifizierung notwendig waren die Info war aber auch bloß intern und ist erst durch IFG Anfragen befreit worden ansonsten galt wirklich die Aussage wenn irgendwas geschwärzt ist muss dieser Antrag abgelehnt werden und an der Stelle verweise ich nochmal auf diese besonders schützenswerten Daten und dieses Machtverhältnis zwischen Antragstellenden und Bearbeitenden der Stelle und Datenschutzfolgeabschätzung also wir hatten auch als wir diese diese Anfrage bearbeitet haben intern also wir haben das Smoking ganz ohne Ende rausbekommen und also das jetzt alles in diese 40 Minuten reinzuschieben also das wir wir haben schon die schlimmsten rausbekommen ausgesucht da liegen noch mehr versteckt ja ja es ist einfach so furchtbar was haben wir jetzt nicht es gibt gibt es nicht eigentlich eine Vorschrift die zum Beispiel gerade auch Barrierefreiheit vorschreibt wisst ihr da was ja 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 also ja wissen wir aber also dazu ein kleines nettes an der Gedötchen es gibt auch vom BMBF intern ein Schreiben wie man denn Sachen gut verakten soll und das ist auch nicht passiert also nur weil es das in der Theorie gibt wird es halt noch lange nicht in der Praxis umgesetzt war beispielsweise auch so dass beim Geschlecht nur zwischen männlich und weiblich ausgewählt werden durfte was ja Urteil Bundesverfassungsgericht dritte Option auch kein Geschlechtseintrag so das wurde auch alles nicht beachtet aber also wie Jan-Fried gesagt hat wir haben halt hier ein Machtverhältnis also die Studierenden sind massiv abhängig einfach von diesem Tool gewesen also Lockdown war 22.4 22.3 22.3 ist der Lockdown angekündigt worden ist der losgegangen und wir haben erst am 30.4 die Ankündigung am 16.6 geht es los und Anfang Juli gibt es das Geld da sind Monate dazwischen und da ist es dann auch so dass erst auf diese KfW-Kredite verwiesen wurde wo die Studierenden sich verschuldet haben also wir haben im ersten Lockdown eine Milliarde Euro Schulden bei den Studierenden das ist halt diese Situation deswegen haben die Studierenden das dann auch irgendwann akzeptiert dass sie sich so blank machen müssen weil sie in einer wirklich prekären Situation sind was überhaupt nicht transparent wird in der Gesellschaft Dann haben wir noch eine Frage wo es darum geht weiß man denn die realen Hosting-Verträge bzw. Hosting-Leistungen von 1.0.1 und Ocean oder sind die durch Net-Queues verdeckt oder gedeckt? Ich gehe sehr stark davon aus dass die durch Net-Queues einfach verdeckt sind also wir werden natürlich auch weiter gucken welche Informationen man noch befreien kann also was jetzt zum Beispiel auch gar nicht mit drin war war die Hotline die da also das ist die nächste Smoking-Gun und die Hosting-Verträge die sind vermutlich einfach durch Net-Queues außerhalb der Informationsfreiheit Da ist auch überhaupt gar kein Drankommen also wir hatten eine andere Sache wo wir wirklich gekämpft haben dass wir diese Information befreien können das war die Leistungsbeschreibung die Spezifikation für dieses Online Tool da hat uns das BMBF erst gesagt nur die haben wir nicht dann müsst ihr das DSW fragen das DSW hat gesagt ja wir sind nicht auskunftspflichtig dann haben wir in den Unterlagen gefunden doch das BMBF hat die Spezifikation dann sind wir gegangen hallo Leute da steht dass ihr das habt ihr müsst uns das jetzt geben Und erst dadurch haben wir diese Spezifikation überhaupt bekommen und auch dann in der ersten IFG Anfrage auch nur teilweise und erst nach unserem Widerspruch und der Klage also erst in der Klage Erwiderung haben wir dann das Finale mit diesem EVB System IT Vertrag auch erst bekommen also wir wir sind immer noch dabei da weiter Informationen zu befreien weil das BMBF uns einfach immer noch nicht alles gegeben hat Ja Okay Eine andere Frage ist warum hat man das nicht die Unis bauen lassen oder ich erweitere das mal im Sinne von irgendwie angebunden weil die haben euch doch schon identifiziert also dass man quasi nur ein Konto hätte Ja also ich verstehe die Idee hinter dieser Frage dass der Punkt an der Stelle ist also wir hatten ja auch wo es um hier wir können keine Sicherheit garantieren da wurden ja auch zwei Unis genannt Wir haben auch den Hack auf die TU Berlin wir haben auch andere Hacks einfach auf Hochschulen weil wir hier also ich muss das jetzt mal so brutal sagen kaputte Infrastruktur haben weil die Hochschulen nicht das Geld haben weil sie von von der Politik nicht das Geld bekommen um ihre Infrastruktur in einem Zustand zu halten der auch nur in der Nähe von akzeptabel wäre das heißt dann hätten wir da an einer Stelle wo die Daten wirklich nackt in der Gegend rumliegen noch mehr Probleme also da ich verstehe die Idee aber es wäre vielleicht glaube ich noch schlimmer gelaufen gerade wenn ich mir irgendwie so Campus Management Systeme und ähnliches anschaue da will ich gar nicht drüber nachdenken Also in meiner Herzen schlagen da auch zwei Herzen in meiner Brust schlagen auch zwei Herzen weil auf der einen Seite haben wir natürlich mit sowas wie wie DFN AI und Schibolev Authentifizierung ein super System aber das jetzt da rein zu packen Ja okay dann stellt sich so ein bisschen die Frage ich verbinde mal eine Frage hier aus dem Web mit einem Gedanken der mir gerade so ein bisschen durch den Kopf ging Ihr hattet ja bei den Forderungen für die IT hattet ihr ja so ein paar Sachen genannt und hier ist zum Beispiel die Frage wäre nicht an so einer Stelle zum Beispiel auch Public Money Public Code sinnvoll Ich sehe auf jeden Fall Kopf schütteln weil dann hätte man ja da auch einiges schon mitgehabt und ich sage mal so ich sehe das Ganze was ihr jetzt gerade heute hier vorgetragen habt auch unter dem Aspekt es gibt ja das Online Zugangsgesetz das uns ja noch bevorsteht das in den nächsten Jahren quasi alle Dienstleistungen von Behörden alle Dienstleistungen von Behörden dass alle Dienstleistungen von Behörden ja digital verfügbar sein sollen da steht uns noch einiges bevor habe ich so den Eindruck weil ich meine es wird ja Digitalisierung in Bundesbehörden schwierig also ja es ist es ist wirklich sehr sehr schwierig an der Stelle also viele Sachen also wir haben ja die in unseren Forderungen beim IFG auch zum Beispiel die E-Mail Veraktung genannt und ich glaube dass da auch ja einfach Kompetenzen in den Ministerien fehlen aber gleichzeitig auch also so ja so eine Awareness dafür und da stehen uns echt noch ordentlich Probleme ins Haus und bei diesem konkreten Tool hier jetzt könnte ich mir sehr gut vorstellen dass ich dann darauf zurückgezogen wird naja das haben wir ja nicht angeboten sondern dieser privatrechtliche Verein auf den haben wir einfach alles abgeschoben und das ist eine große und das ist eine große Gefahr die ich sehe die kommen kann und das ist auch eine Sache wo glaube ich wir als Zivilgesellschaft und gerade auch hier der CCC da auch ein Auge drauf haben muss dass das nicht mehr wird weil das also der Digitalisierungsbestand in den Behörden also wir hatten kurz überlegt ob wir noch Digitalisierung in Deutschland in Behörden.jpg einbinden wer wer das mal gucken will in dem Mail Tool sucht mal nach Phishing ich verspreche ich verspreche euch ihr werdet lachen es ist grandios also war wirklich also da haben wir dann sehr herzlich gelacht sehr schön ja aber das ist dann auch wieder dieses wahrscheinlich auch dieses teilweise sehr schmerzverzerrte Lachen ja genau okay dann haben wir haben wir quasi so ein bisschen die Infrastruktur Thematik dann stellt sich natürlich noch die Frage wie wie viel kostet euch beziehungsweise dich denn die Beratung des Anwalts wie finanziert ihr das und kann man euch irgendwo was in den Hut werfen für eure Arbeit also deswegen war das Dankeschön an den freien Zusammenschluss von Studentenländschaften den FZS der finanziert mir das Ganze ansonsten könnte ich mir das auch nicht leisten das ist aktuell auch in Rücksprache mit dem Anwalt auf eine bestimmte Stelle gedeckelt wie gesagt mein Tweet Handle wurde ja vorhin gezeigt da kann man mich dann gerne irgendwie kontaktieren wenn das Ganze mit Mehrkosten dann kommen wird ich spring mal wieder ganz kurz dahin genau also wenn da irgendwie was notwendig wird dann werde ich mich auch auf Twitter bemerkbar machen aber da habe ich zum Glück und also da muss man glaube ich auch sagen wir sind halt in einer super privilegierten Position dass wir das auch machen können also sowohl finanziell als auch irgendwie mental und wir haben da eben auch Unterstützung eben vom FZS wie gesagt da ist mein Twitter Handle schreibt mir gerne alles klar gut dann gibt es hier noch Fragen die wir glaube ich aufgrund der Zeit nicht mehr beantworten können zum Beispiel sowas wie wie viele Klagen gab es überhaupt wie hoch ist die Rechnung die euch für die EFG Anfrage gestellt wurde und die Anzahl der EFG Anfragen war ja glaube ich zu sehen ich danke euch auf jeden Fall für euren wunderbaren und Fazialpalmierungsvortrag aber das hat weniger mit euch sondern mit dem Inhalt des Vortrags die Grauen die ihr da vorgetragen habt zu tun insofern vielen Dank vielen Dank dass wir hier reden durften bei uns geht es jetzt weiter dann ab 16 Uhr mit einem Vortrag zum Burning Man und ich hoffe ihr schaltet wieder ein und bis dahin vielen Dank